Wir sind in Fields National Park und laufen jetzt zu den Barren Falls first, then the tall trees and then the Russell Falls so drei Stunden laufen oder sowas ja wir melden uns wenn wir da oben bei den Falls sind wir melden uns dann, okay, bye Wir sind jetzt kurz vor den Russell Falls oh sorry we almost have the Russell Falls now some giant trees have fallen down einige gigantischen Bäume die runtergefallen sind und jetzt machen wir uns mal auf den Weg zum Wasserfall wir sind jetzt in Giant Forest section und oh das ist insane there are amazingly high trees hard to see es ist schwer zu sehen und schwer zu beschreiben wie schön die eigentlich sind sehr schön all right wo sind wir Kerstin? komm her these are the Horseshoe Falls I would say nice und wir machen uns gleich mal auf den Weg zu den Russell Falls das ist noch ein kleines Stückchen weiter ja Kerstin, ich soll die Steine machen ich mach die Steine ich mach die Steine ich mach die Steine ich mach die Steine bitte, bitte, bitte hier sieht so nett aus, sagst du wir machen die Steine all right wir machen uns gleich mal auf den nächsten Wasserfallfall also ist es so hoch auf dem Wasserfallfall bei Corona werfen den Regnen Wir sehen die Touristen, viele Touristen. Alright, cheers Leute, wir sehen euch. Wir sehen uns später. Alright, Barren Falls ist gut. Wir ließen es? Ja, wir ließen es. Es ist eine schöne, gute Walk. So, wir sprechen uns später. Wir machen uns jetzt auf den Weg runter zum... Ah, Lunchtime? Lunchtime, es ist. Alright, talk soon. Bis bald, tschüss. Stimme versagt. Die Stimme versagt zu ihm. Just another view from the other side, from the other side. Alright, off we go. Just a beautiful sunset tonight. Wunderschöner Sonderuntergang. Wir sind in New Norfolk. Sieht wirklich klasse aus. Looks very beautiful tonight. We'll catch you tomorrow. Bye. Oh, good morning. We just left New Norfolk. On our way up to Derwent Bridge. And it's burning up in Ysser, where we have to go through. Es brennt überall Richtung Norden, wo wir hingehen müssen. Wir haben schon nachgefragt, aber wir haben gesagt, dass es alles in Ordnung ist. So, we'll keep you posted. How are we going? Hier ist wohl Rocky. Wenn wir fahren, sitzt Rocky immer hier unter der Kerstin. Und hier sitzt. Hey Dicker. How's it going? This is where Rocky stays. When we drive, he just jumps under the seat. And that's where he stays. Hey sweetie. He's a funny little dude. Well, just a quick update. Nochmal zeigen, wir sind jetzt auf dem Weg. And it's burning quite... Es brennt ganz gut. So, see how far we get. Mal sehen wie weit wir kommen. Okay, was sind das hier jetzt? The water pipes for... It's environmentally. And then water pipes for the hydroelectric plant. The... The... I gotta concentrate just a little bit. Okay, das war sowieso jetzt vorbei. Straßen sind... Ja, nicht so toll. 23 times before the bridge. And... 23 Kilometer vor the bridge. Und das ist der Neve River. And... We escaped the flames. Wir sind mit Feuer. We sind weggefahren, basically. And... Ja. Off to new adventures. Das ist eine rare species. Da ist ein ganz seltenes Tier. Sieht man hier. Ich frag mich... Irgendwo... Da ist es! There she is. It's a very endangered species. No. Spaß beiseite. Look at this. Seht euch das an. Der ganze Waldboden ist voller Moos. Alles... It's in... Also wirklich... Wahnsinnig schön. Auch die Bäume. Wie ein Teppich. Ja. Ja. Just like a carpet. And everything. Wow. Awesome. Beautiful. Pretty. Alright. How cool is this? It's just only one person at a time. Darf man hier rauf. Nur... Eine Person... Darf man hier rauf. Das wackelt ordentlich. That's a bit... Spongy. Alright. Nur nicht die Kamera följern. Don't lose your camera. I'll take some photos in between. Alright. And that's the other side. Sorry for the... For the light. Alright. Mach ich mich mal auf den Weg jetzt. I'm gonna close out this video. Where... I'm on a suspension bridge. Like... It's really wobbly. Es ist ganz schön wackelig auf dem Ding. So dass ihr mal sehen könnt wie das hier aussieht. Und... Like I said. This is the end of the video. And... It just looks pretty... Looks cool. It's nice. Gee. I think I need a haircut. Oh well we'll get to that one day. And there's the other side. Alright peeps. Talk soon. Oh sunshine! Woohoo!